Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part im TOGETHER IP in DCM 4 mit den guten Wakes, der ist wie immer mit am Start. Was geht Leute? Wie geht's euch? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und nicht zu vergessen, bei Fragen, Kritik und Anregungen auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, aber das ist auf jeden Fall so. Also den zweiten Teil stimme ich auf jeden Fall zu. Und dem ersten Teil, ja, was soll ich dann zu sagen? Aber der ist halt, sag ich mal, wichtig, weißt du, weil wenn die Fragen, Kritik oder Anregungen... Ja, das schon, das meinte ich am zweiten Teil. Das hilft uns halt weiter, weißt du, weil nur so können wir halt das Let's Play auch besser gestalten, sag ich mal. Ja, ich, ja. Oder wenn die irgendwelche Wünsche haben, was die gerne sehen wollen oder wie auch immer, dann können die das auch gerne reinschreiben, so, weißt du, wie ich meine, so? Ja, das meinte ich ja mit dem zweiten Teil davon. So, und der erste Teil, Bruder, das macht man halt einfach, äh, so, ja. Und wenn man nicht wie ich hinter dem Mond lebe. Genau, einfach aus Anstand, Bruder. Und außerdem können ja so auch eventuell in den Kommentaren, äh, Gespräche aufkommen, weißt du, wie ich meine? Ja. Ja. So ist halt kein Muss oder so, aber könnte halt sein, so. Ja, definitiv, äh, weil es ja kein Muss ist, werde ich ja auch nie, sag ich auch nie so von wegen, ja, lass, ähm, like, dauernd abo und so. Also, sag ich ja nie, so, kann ja jeder machen, wie er gerne möchte. Aber Tyreem würde jetzt sagen, liken, folgen und gehorchen. Ne, Alter, dann habe ich noch irgendwelche, ähm, Unterstützer, äh, die ich nicht brauche. Basti und so. Also, also an sich so, wenn man, äh, also an sich so, äh, ja, sag ich mal, ähm, ja, gibt's da schon, äh, nützliche Ressourcen, aber die ich dann eh nicht verwende, also, das ist schon. Nein, nein, alles gut, wie gesagt, das war jetzt nur ein Insider aus Borderlands 3, äh. Ja, ich weiß. Aber Borderlands, ey, da muss ich auch nochmal rein, aber keine Zeit, man, keine Zeit. So, äh, ja, ich feier halt den Charakter Tyreem so, ähm, auch wenn er halt, ja. Ach, das ist der, also, okay. Da will ich, da will ich nicht, äh, da will ich nichts zu viel, äh, drüber sagen, weil ich nicht weiß, ob du, äh, dir bei mir demnächst den dritten Teil gibst oder nicht. Na, ich muss mir alles nochmal, also alles geben bei dir, umgefallen. Ja, eins habe ich ja schon gebracht, äh, zwei steht jetzt als nächstes an. Ach so. Ähm, und drei wird auch noch folgen. Aber gut, dass du auch mal ein bisschen über deinen Content reden, so, haben wir, haben wir irgendwie ein bisschen vercheckt im ersten Part gehabt. Ja, alles gut, das Ding ist, ich bin in letzter Zeit so inaktiv, das liegt aber einfach daran, nicht, weil ich das möchte, sondern einfach das Internet, Bruder. Ja, das macht gerade unheimlich viel Faxen. Ja, und na, du bist ja auch, äh, ein bisschen, ähm, was am Vorbereiten, so. Genau, dann bin ich ja nebenbei noch was am Vorbereiten und es kommt noch dazu, ich muss ja jedes Mal von, äh, Donnerstag die Weekend League Quali spielen und von Dienstag auf Mittwoch die Nacht bin ich ja die Weekend League am Spielen. Ja, das kommt ja dann auch noch dazu. Das stimmt, das stimmt. Und, was die letzte Zeit auch noch dazu kam, war, äh, der Pass, den habe ich ja jetzt endlich fertig, seit, äh, vorgestern, habe ich den fertig, aber naja, Prison Break ist leider nicht mehr da. Ja, das stimmt. So, ich, ich war ja jetzt auch beim, äh, vier, wievielten Mal bin ich da? Äh, vierten oder, ähm, fünften? Ach, ne, ah, ne, nicht so viel. Äh, einmal bin ich komplett durch, vielleicht zweimal komplett durch, zweimal komplett durch. Ah ja, aus den Staffeln hatte ich ja schon ein oder zwei Mal vorgefallen. Äh, zweimal Bruder, weil einmal hast du ja die letzte Staffel nachgeholt, weil die dir gefehlt hat. Na stimmt. Das war ja dann quasi das erste Mal, weil die ersten vier Staffeln hattest du ja gesehen, da hattest du ja die letzte dann nachgeholt, das wäre ja dann das erste Mal. Und dann hattest du ja noch, noch einmal komplett durch, wäre dann das zweite Mal und dann hattest du ja nochmal angefangen. Ach stimmt, stimmt, stimmt. Was finde ich den städtischen Sender schauen, wahrscheinlich. Zumindest, äh, von dem Stand, äh, wo ich weiß halt, ne, also ich weiß ja nicht, wo, ha, was da unten denn für eine Versammlung halt hat. Ähm, das interessiert uns, weil. Ja gut, die meisten davon, äh, wo. Wobei Bella ist hier, sucht bestimmt, äh, da so einen bestimmten Schau und die Hilary, die sucht einen anderen bestimmten Schau. Haha, und beide kennen die Viewers, also das ist auch interessant. Haben wir hier noch Octavia? Ne. What day? Also das, äh, so die Frisur stimmt. Ist da hinten mit der Cappy nicht Dings? Jenna, ja, ja. Ja. Also ist Jenna. Gut erkannt. Warte mal, ist hier nicht auch in einer Gruppe von meinem Ciao? Kann sein, ne? Oder? Wollen wir mal kurz gucken? Ich glaube, bei mir ist die. Ah, das kann gut sein. Ja, okay. Ja, aber ist ja auch kein Problem. Wobei ich kann ja auch mit dem Partypeepeln das machen. Weil da steht, ja glaube ich gar nicht, dass sie aus meiner Gruppe sein müssen, ne? Ne. Steht nicht bei. Ähm. Ah, stimmt, die wird dann bei dir wahrscheinlich sein. Ähm. Herr Karisma könnte ich vielleicht aber auch vorziehen und trainieren. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Ist immer gut zu haben, vor allem wenn man viel Flördi ist und so. Was irgendwie Teil meines Chars ist, nicht nur hier, sondern auch, äh, anderen Projekten, die aktuell auch noch laufen. Beziehungsweise zu Ende gebracht werden. Und, äh, ja, anscheinend, äh, bei uns beiden kann man sagen hier, was, äh, Sims angeht. Flördi unterwegs. Ähm, wo wir gerade davon reden, soll ich, äh, Chokte, äh, anrufen, dass du, äh, das hier abschließen kannst mit den Küssen? Äh, fehlt sie nach. Okay, okay. Also, könntest du vielleicht auch runtergehen und mit Bella so versuchen, aber Chokte, das ist halt schon ein bisschen da, so. Dein Call halt. Ja, ja, mach das ruhig. Hab ich ja gesagt. Alles gut. So. Achso, ähm, wo wir über Prison Break geredet haben, so, aber, ähm, was halt, äh, nicht auf dem Kanal passieren soll, sind halt Spoiler. So, die, äh, also man, äh, Das ist halt, äh, mag ich auch im Privaten nicht, deswegen, äh, das ist halt so, äh, No-Go, sag ich mal, oder so. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, das ist das Einzige, was halt nicht gemacht werden soll, aber sonst mal. Hat Wakes schon gut, äh, das, äh, gemacht gehabt. Gänse. Naja, auch scheiße, wenn, äh, Wakes gespoilert wird, das, äh. Wenn nicht cool, dann haut er mich wieder. Wär, wär dieser Scheiß, äh, Passt nicht gewesen, hätt ich Prison Break durchgeschaut. Das wär gut, endlich mal, Komplett mit, äh, dir drüber unterhalten. Äh, Ah, ich kann jetzt online für einen guten Zweck spenden. Aber, ähm, ist nicht so schlimm. Ähm, ich mach mich mal schlau, wo ich das noch schauen kann, außer auf Netflix. Hm. Ähm, und dann... Hol' ich das mal. Okay. Okay, na, hoffe du, äh, schaffst du, äh, ich schaffst das ohne gespoilert zu werden. Ähm, bin dir ja richtig am fühlen gewesen, in letzter Zeit, äh, so, Routine, so, wenn ich halt nicht gerade am Aufnehmen war, wenn ich halt nicht gerade, ähm, am Streamen war, und ich hatte ja trotzdem ein bisschen Freizeit, und ich konnte halt gucken, hab ich mir, äh, gegönnt bis zum Gebtnichtmehr. Ähm, mega am fühlen, die Serie. Ähm, L3K-Smart-Fähigkeit erreicht, das kann jetzt online für einen guten Zweck. Einmal Sprüche vom Spiegel üben und anderes ins Schmeicheln. Ja, alles, ähm, ja, eigentlich nichts für mich, so, abgesehen vom L3K-Fähigkeit an sich. Äh, Andi soll was essen, oder? Der hat ein bisschen Hunger. Ja. Ja, wir sind ein bisschen wohl zu viel für das Spiel, an Unfug am treiben, zeigen nicht mal unsere Gesichter hier an. Also bei meinem Char verstehe ich es noch, bei seiner, äh, wie sage ich aber bei deinem Char, so, da kann man eigentlich nix gegen sagen, so. Ja. Verstehe ich nicht ganz. Ah, vielleicht zu viel Trouble am Melken hier. Äh, Jokti, hat die was gesagt? Ah, okay, wird gleich da sein. Ah, wahrscheinlich wartet die unten, weil manche, die warten ja hier, für unsere, ja, manche, die warten hier. Ah, hier ist sie. Und auch andere, bekannte, ja, teilweise bekannte Chans. Ich glaube, wir kennen nur die, äh, Damen neben Jokti. so, ähm, ja, wobei, wir bauen ja erste Küsse, ne, war das, glaube ich. Hm. Deswegen rosa anbieten. Dann, ähm, achso, meiner müsste das auch noch mal machen. Wobei, ihr könnt auch mal wieder ein bisschen Liebes-Mails schreiben, dass das Schreiben nicht ganz in Vergessenheit gerät. Aber ich glaube, erst mal Chaos-Mass wird auch nicht so verkehrt. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch so hoch ist, bei meinem Ciao und Candy und so. Und, ähm, mit wem hat er noch geflirtet? Jenna natürlich. Haben wir gesehen im Balken. Ähm, weiß gar nicht, achso, Jenna, stimmt, Jenna. Genau, da waren wir auf Vorabredung. auch drauf. Und, war es nicht auch Hilary, oder war das, äh, Ding und, ähm, äh, wie heißt die Nummer? Irgendwer war da noch. Irgendwer war da noch, glaube ich. Achso, stimmt, die, ähm, Juniper, die vom Amber, die Frau. Stimmt ja, die war das. Wie konnte ich das vergessen? So wichtig und so vergessen. So. Ähm, ähm, darfst du mal hier weiter machen. So. Also sind das ja eh alles eigentlich kunstigam und durchbauen, kann man sagen. Andererseits brauche ich noch so viel. Ja, doch ein bisschen brauche ich auch noch. Okay, okay, ist eine gute Sache, dass wir das so machen. Aber vielleicht mache ich das auch ein bisschen anders bei meinem Ciao. Dass, erst kurz unterbinden. Dann schicke ich mir immer mal wieder Liebes-Meld schreiben. Wir wissen ja auch inzwischen, wie OP das ist. Ähm, zu viele aktuell vorsorgen. Ähm, weil nachher ist da irgendeine Person, die, ähm, ähm, also zu viel. Ähm, Candy habe ich glaube ich ausgewählt, ne? Gehen auch gleich auf den Anruf ein, äh, den Andi bekommt. So, schreiben, Liebes-Meld, ähm, ähm, Journal, ist der nächste. Ja nicht, dass das gleich weg ist, ne? Ne, ne, das kann nicht weg sein. Ich bin ja, ähm, ja, ähm, Dings. Pause-Menü. Also was heißt Pause-Menü, aber ich spiele es ja pausiert. Dürfte nicht sein. So. Also, kurz Liebes-Meld schreiben. Und das Problem ist halt, ich muss das so machen mit Liebes-Meld, weil ich muss die stacken. Wenn er eine angefangen hat, dann, ähm, ist das halt weg. Dann kann ich es halt nicht mehr stacken. Dann kann ich keine mehr mitnehmen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du stacken kannst. Aber, die Dinge sind OP, die klappen halt immer. Die können nicht fehlschlagen. Deswegen immer mitnehmen, immer mitnehmen. Penny, hey, hab grad das sich mit Judith angefreundet. Das ist ziemlich cool. Hey, danke Penny, du hast uns aus dem Void geholt. Also, jetzt sehen wir endlich mal wieder unsere Chars. Das ist ne super Sache. Erst ne Marktstamm bestellen. Aha. Ach, weil wir, äh, wie wir sind auf einem Festival. Das Festival findet in unserer Budistadt. Interessant. Von so einem Festival hab ich noch nie gehört. Warte, 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 das mach ich. Ausnahmsweise. Yes. Wieder Cash gemacht. Und dann bitte einmal hier Rede üben. An mich bewundern tue ich, auch ohne Spiegel, also da brauch ich keinen, okay. Okay. Ah, Penny, es geht ja eigentlich nicht um dich, ne? Versuch da ein bisschen, das Zepter an sich zu weisen. Oh, shit. Das war ein bisschen zu viel vielleicht. Ah, ich dachte doch, sie ist Single und so. Da kann man das versuchen. Aber anscheinend nicht ganz. Äh, wobei, warte mal. Liegt das überhaupt daran? Ja, okay. Liegt daran. Hm. Wobei andererseits? Ich hab ne Idee. Nur dafür musste ich das ein bisschen ändern. So, zusammen hier hingehen. Änder das Spiel und weitermachen lässt. Dankeschön. Sehr großzügig. Dann einmal bitte Kanal anschalten. Äh, Kanal schauen, genau. So. Wobei, warte mal. Jetzt machen wir anders. Erst die Romanze an und dann hier zusammen sitzen. Hehe. Dann sollte das mit Schock hier kein Problem sein. Könnte auch an die Duschen schicken, aber, ja. Müssen wir mal schauen, wie das so läuft. Die eine Aktion konnte ich leider nicht unterbinden. Ich hoffe, die geht gut. Ah, Celeste heißt die. Stimmt. Stimmt, ja. Ah, shit. Das ging leider nicht gut. Schade. Aber, egal. Na, vielleicht doch eher Bella nehmen. Wird ja zwar ein Mann, aber ist ja eh kein Problem bei Bella. An sich. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt irgendwann mal Probleme gab. Ob es jetzt bei mir war, ob es bei uns war. Äh. Ich kann dir erinnern. So, genau. Schau dich mal die Romanze an. So muss das. Schockt ihr in die Fänge des Meisters geraten. Schmutzigen Witz erzählen. Ah, stattdessen hier Kompliment machen. Bisschen runternehmen. So, dann einmal Hände küssen. Oh, shit. Das läuft so gar nicht irgendwie. Oder dann mach doch einfach die Methode, die ich schon mal mache. Okay. Ähm. Ich hab vergessen, wie deine Methode war. Ah, gut. Das Ding ist, ich sollte dann noch schlafen schicken, oder? Ja, schick dir ein Pen und dann holst du die später nochmal. Okay, also soll die nach Hause gehen. Ja. Okay. Vielleicht versuchen das auch einfach bei Bella. Auch wenn Bella war ja das ist. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt mal Probleme gehabt, irgendwie. Das funktioniert, Bruder. Okay. Ja gut, mal schauen. Bisschen geduldiger sein. Äh, was ist das? Tschüss. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Gold. Also Nachbarin wieder. Ob die auf der Suche nach uns ist? Könnte sein. Und wenn es nicht so die Rolle spielt. Wobei, vielleicht soll ich das auch ein bisschen ändern hier mit Chaos mal üben und so. Weil das kann ich ja immer machen. Ich kann nicht immer mit den Leuten über die Gruppen reden. Und ich weiß nicht mehr genau, wer noch fehlt. Aber ich weiß eine Person, die auf jeden Fall fehlt. Und das ist Monika hier. Festival. Was für ein Festival? Reden die ganze Zeit darüber. Ich habe keine Ahnung, was die für ein Festival malen. Ich wollte ja auch nicht darüber benachrichtigt, was ja so sein können. Lass mich raten, die steht vor der Tür unten, oder? Also, vor der Tür des Apartment-Komplexes. Ah, krass, dass das mit der Gruppe war, dass die direkt hoch sind. Das ist auch crazy. Ja, warum nicht? Das könnte auch eine gute Sache sein. Wobei, eigentlich sollte ich das nicht unbedingt da machen. Das ist wie in der 100-Baby-Challenge, glaube ich, war es mal. Da hat es mir ein bisschen oder was? War es in der Baby-Challenge? Ja, doch, ich glaube, in der Baby-Challenge. Ja, müsste da gewesen sein. Ist nicht so gut gewesen. Aber eigentlich ist sie auch aus einem anderen Grund hier. Rauswerfen, genau. Nee, du sollst mit ihr über die Gruppe reden. Dann kannst du mal mit ihr hier reingehen oder so. Wobei, eigentlich kann sie dann auch gehen. Ja, stimmt. Das Spiel mag anscheinend Hitzköpfe sehr gerne. Ja, gut, Monika dann aus der Rinn oder so und ich kümmere mich um einen Char. So, wie in WeLife. All by myself. Mit nobody else. Rein hier. Sehr gut. Dank Sascha-We verbringe ich am liefem eine ganze Zeit mit der Gruppe 4.20. 2.0 Ja, natürlich tust du das. Deswegen bist du auch beim Einmal vorzeitig gegangen. Das ist eh, ja. Immer noch zu wenig. Das gefällt mir nicht. Wie beschämt worden bin ich beschämt. Ah, toll, weil er sich in die... Ah, nee, ich bin froh, dass du mir geraten hast, Zeit mit Selina Weber zu verbringen, denn ich habe mich gut amüsiert. Der ist so super... Super... Und so... Und so... Und so... Ich... Wollen wir essen... Ah, die Beschämung ist scheiße... Ja, ist gut jetzt kurz... Ja, ist gut, jetzt kurz... Tja, lass ich kurz essen... Das wird ja sowieso leider noch ein bisschen dauernd im Chaos, Mann. Wobei, ich sollte das erst mal im Chaos, Mann, dann essen schicken. Wir haben nur einen Spiegel, ne? Oder haben wir noch irgendwo einen? Wir haben nur den einen. Ja, was hängt denn da hin? Dinger an unserer Wand im Pinnwand oder so? Ja, wann hängt die hier? Was schon immer so? Ja, meine Arme. Doch nicht, ey. Ich habe da nicht drauf geachtet. Ja, dann würde ich sagen, lass sie weg, Mann, und zweiter Spiegel. Wieso zweiter Spiegel? Ja, falls das Bad voll ist. Ja, von mir aus. Okay. Den hier brauchen wir nicht, vor allem nicht im Arbeitszimmer, oder? Ja, muss er den Spiegel nur anders hentun. Anders? Ja, ja, also anders hentun, du kannst den halt nicht da hinhängen. Ja, stimmt. Wie soll man dann den Spiegel geben, wenn der Rechner da steht? Ja, äh, was würde... Theo, wobei, geht das überhaupt noch? Okay. Also es ging auf jeden Fall mal, aber ich... Aber müsste auch eigentlich noch gehen tun? Oder guck mal, die Wand gegenüber von, ähm... Dem Dings. Von einem Schachbrett. Hier? Ja. Aber die Frage ist, geht das da noch vom Platz her, dass man den durchkommt? Ja, kannst du ja testen. Und zwar testen. Aber müsste eigentlich gehen. Ja, doch müsste, müsste passen. Weil es ist ja sowieso so, dass einer von uns eh... wach ist und einer pelt. Weil wir sind ja nicht, äh... oft gleichzeitig wach. Ja, das stimmt. Oh, sorry. So, das heißt, zur Not, falls das nicht geht, wenn da einer sitzt, kann man den, der da im Raum an dem Rechner sitzt, vorne in den Flur setzen, dann kann man immer noch an den Spiegel gehen. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Song. Guter Call. Guter Call. Guter Call. Gabi, Chabi, Schamani. Ich hab immer vorher die Bücher und so geschrieben, die ich gar nicht veröffentlicht habe. Ich weiß nicht warum, aber... Ja. Ja. Na gut, es geht halt auch viel zu viel irgendwie immer ab. Heute sind Andreas einige Dinge passiert, die es werden werden, aus Sozialhose gepostet zu werden. Öffnen Sozialhose und Telewunde zum Posten. Keine Benachrichtigung und Sozialhose halten möchtest, öffne Sozialhose auf dem Telefon und wählen Benachrichtigung ausschalten. Sollen wir mal reinschauen kurz, was da gepostet werden kann? Okay. Oh, sowieso. Ah, als hätte ich es gewusst. Als hätte ich es gewusst. Ich weiß schon warum zweiter Spiegel. Na gut, dann schauen wir kurz rein und dann schiebe ich mich direkt auf Klo. So, weil es sollte ja hoffentlich kein Problem sein. Ne. Follower Update, hat sich um Null verändert. Er ist okay. Über Reise posten. Aha. Was für eine Reise? Hä? Was für der ist heute verreist? Der war heute zu Hause und der war vor in seinem Apartment. Was für eine Reise. Ich hoffe er ist gut angekommen. Ah shit ey. Vielleicht meinen die die Reise ins Bett zum Schlafen. Ach so. Ja. Ja gut. Ich weiß nicht wie dein Ciao auf dem Teppich ausrutschen soll. Ich meine ja den hier. Shit ey. Ach dieser Entwickler. Man feiert diese Funnies. Ja, Ciao, geh mal raus. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir fast das Level Up noch mitgekommen. Der ist selbstsicher und wie ist der? Dem gehts gut. Ah, was bist du für ein Premium Charmer? Kann ich dich nicht in der 100 Baby Challenge haben? Weil da hätte ich gerne auch einen vernünftigen wie dich. Vielleicht brauche ich diese Worte irgendwann im weiteren Verlauf des RPs. Das kann natürlich gut sein. Ähm. Ja. Äh. Äh. Was soll Andi machen? Soll er weiter Jocktail einladen? So war der Plan. Ist der komplett fertig? Also ist der komplett fit? So ist das. Na okay, dann hast du eine Kleinigkeit Essen und dann kannst du die einladen. Und dann äh. Regel ich das. Okay. Aber warte mal, wir können die ja einladen. Wobei nee, wir schicken da hin unter die Dusche. Dann kann man, weil das hat er auch ein bisschen. Und das ist sowieso ein Abwach. Und dann laden wir sie ein. So machen wir das. Das. Ja ja, alles gut, aber ich würde sagen, also ich weiß nicht wie lange der Part geht, aber ich würde sagen, das ist dann was für sicherheitshalber für. Genau. Richtig. Und genau da geht es jetzt hin. Wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao. Leute.